Herzlich Willkommen zum Podcast What's Next von und mit Carmen Cornelia Haselwanter. Als Expertin für Selbstbestimmung widme ich mich den Themen Erfolg, Lebensfreude, Passion und Gesundheit. Mögest du in diesem Podcast viele neue Inputs und Anregungen für dich mitnehmen. Viel Spaß beim Hören von dieser Folge. In der Einfachheit liegt die Essenz. Genau das ist effektiv der Aufhänger, wenn es darum geht, dass wir uns Gedanken dazu machen, was es denn mit dem Erfolg auf sich hat. Wer wünscht sich, nicht erfolgreich zu sein? Wer sagt ganz bewusst, ich habe heute entschieden, dass ich nicht erfolgreich sein möchte? Mal abgesehen davon, dass Erfolg ja für jeden individuell etwas anderes bedeutet, geht es im Grunde genommen darum, dass man von einer aktuellen Ist-Situation in eine bessere, für sich individuell gestaltete und bewertete Situation bringt und führt und dass der Mensch dann am Ende mit einem Erfolg effektiv betitelt. Und wie das Wort Erfolg ja schon sagt, folgt das Ganze aus einer gewissen Aktion heraus. Und deshalb gefällt mir extrem gut folgender Spruch. Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N. Tun. Genau. Nur wenn du Dinge angehst, effektiv Dinge umsetzt, Dinge für dich ganz klar in die Tat umsetzt, dann ist der Erfolg eingeleitet. Es kommt natürlich immer darauf an, wie der Erfolg denn effektiv sein sollte. Allerdings kann nur etwas entstehen, wenn effektiv die Aktion einhergeht. Und diesen Podcast möchte ich ganz klar dazu verwenden, dich dazu motivieren, zu begeistern, ja schlichtweg die Initiative zu ergreifen, dass du für dich klar in die Aktion kommst. Ich lade dich ein, dass du dir Gedanken machst dazu, wie es denn sich so in deiner Vergangenheit verhalten hatte. Ich bin mir sicher, du hattest die eine oder andere tolle Idee und wolltest dann die Umsetzung auch vorantreiben, hast aber dann erkannt, dass du eigentlich gar nichts gemacht hast. Wie zig Male zuvor. Und das ist der Tod von jedem Erfolg. Ideen entstehen in den unmöglichsten Situationen. Unter der Dusche, während dem Autofahren oder wenn du sogar mit jemandem sprichst, diese Ideen sofort festzuhalten, ist die erste Aktion. Nicht einfach auf später verschieben, sondern diesen Gedankenblitz, diese Ideeninnovation sofort festhalten schriftlich. So konkret, wie es dir möglich ist. Denn unser Geist spielt ab und an mit uns Fuchs-und-Hasenspiel. Und diese brillante Idee, die da plötzlich aufbobbte, ist schnell auch wieder weg. Und dann sitzt du da und grübelst, was war denn da noch einmal die Idee? Umso wichtiger ist eben das Tun insofern in diese Aktion umzuwandeln, indem du für dich entscheidest, ja das höre ich mir an. Das schreibe ich mir nieder. Dazu überlege ich mir jetzt die Schritte, um in die Umsetzung zu kommen. Und wer sagt schon, dass du das alleine machen sollst? Hilfe anzunehmen bei einer Sache, wo du dich unwohl fühlst, wo du unerfahren bist. Das ist der erste Weg, der Schritt in die nächste Erfolgsgeschichte. Viele Erfolgsgeschichten zeigen genau das auf. Sich Hilfe von Experten anzunehmen, einzuholen, um rauszukommen aus dieser Lethargie und vor allem auch den Zeitverlust hierbei eben ganz klar eben zu überbrücken, indem ich klar sage, statt dass ich alles alleine mache, ja dann mache ich es doch und hole mir Hilfe. Und auch das zeugt von einem wahren Wissen und vor allem der klaren Fokussierung auf die Umsetzung von einer Idee in eine Erfolgsgeschichte. Und all diese Gedankengänge haben alles eines gleich. Das Ziel von einem Null, von einem noch nicht existierenden in etwas Angreifendes, in etwas Neues Existierendes zu bringen. In diesem jeweiligen Produkt, in dieser jeweiligen Idee, da natürlich auch noch deine Werte zu implementieren, sodass auch das, für was du nun deine Zeit investierst, deine wertvolle Zeit, ja folgt eben genau aus diesem Entscheid heraus, dass das Neue, diese Idee, die Welt beschenken wird. Und das ist natürlich individuell relativ unterschiedlich. Entscheidend ist dabei, einfach ganz schlichtweg, deine ganz klarer Fokus darauf. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. T steht für Datendrang. Datendrang, ganz klar sich in die Tat umsetzen. Ganz klar zu sagen, ja, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich nehme meine Hände aus der Tasche und mache mich ganz klar in die Aktion. Der Datendrang, der Datendrang ist eine innere Unruhe. Das sind gerade Menschen, können das hervorragend, die aus einer Idee bereits die Vision haben, die vor sich dann das jeweilige Produkt schon fertig sehen. Und das ist dann effektiv auch der Aufmacher. Darum geht es dann ganz klar, dass du dir bewusst wirst, dass der Datendrang einhergeht, mit der Entscheidung für sich ganz klar eben in die Aktion zu gehen und vor allem eben auch in das Risiko zu gehen. Denn alles, was neu ist, dieses Bekannte über den Tellerrand gucken, das ganz Bewusste eben für sich eben raus aus der Deckung und rein in das Abenteuer, hat natürlich auch sehr viel an Unruhe. Man ist natürlich auch unsicher. Aber die Unsicherheit in dem Fall überwinden und ganz klar für sich eben zu sagen, ich kann das, ich möchte das, ich mache das. Das ist dann eine ganz klare Entscheidung, die eben mit dem Erfolg einhergeht. Denn in diesem Zusammenhang entscheidest du für dich zu sagen, ich komme raus aus dieser Passivität. Und diese Stimme in dir, die dich dazu drängt und dann eben auch in die Darts einherkommen lässt, folgt dann eben der Aktionsplan, für welchen du ganz klar Schritt für Schritt die jeweiligen Aktionen setzt. Und das ist effektiv das Spannende hier in diesem Prozess. Das U im Wort TUN steht für Übung. Tja, wem kommt da nicht der Spruch schon vom Lehrer, Übung macht den Meister in den Sinn? Ich habe früher als Kind ein Instrument gespielt und mein Musiklehrer hat mir stets gepredigt, kommen, Übung macht den Meister. So weiß ein jeder Musiker, aber auch ein jeder Schreibling, dass nur das Üben wirklich die Perfektion zu dem macht, was es effektiv ist. Was beim ersten Mal ausprobieren noch etwas läppisch von der Hand geht, wie jetzt beim tausendsten Mal oder beim zehntausendsten Mal zu einem perfekten Wurf oder zu einem perfekten Schriftstück. So, Übung ist Teil deines Lebens. Sich nicht mit dem ersten gleich zufrieden geben, sondern für sich selbst auch zu klären und zu sagen, ich übe, sodass der Erfolg sich so dann einstellen kann. Dies wiederum führt uns dann zu dem Wort des Ends im TUN und das heißt Neuheit. Genau, durch die Neuheit, durch das effektive Umsetzen des Tuns in den Datendrang zu kommen und das mehrfällige, ständige Üben führt dann zu Neuheiten. Egal welches Projekt du nun anstrebst, egal um was es da genau geht, wichtig ist, einfach das Verständnis für sich selbst auch zu haben, dass du sozusagen Neuland damit betrittst. Und egal wie lange du das übst, in deinen Gedanken nur das effektive Umsetzen, das in die Tat kommen, schlichtweg den Erfolg folgen lässt. So lass dir somit durch diesen Podcasts deiner Ideen, deiner Geistesblitze wieder in Erinnerung kommen, sodass diese nun von dir in die Tat umgesetzt werden und du dadurch Erfolg auf allen Ebenen in deinem Leben einholst und in deinem Leben weist. Danke dir für deine Zeit und Interesse an der Podcast-Reihe What's Next. Als dein Mindset-Mentor unterstütze und inspiriere ich dich, dass du täglich aufs Neue dich in deiner besten Version lebst. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao!